Ich freue mich ganz besonders auf fünf Wochen, fünf Specials. Wir starten am ersten Advent in eine Zweiteiler-Serie, eine Predigtserie über Work-Life-Balance. Ein absolut hochaktuelles Thema, wo es darum geht, wie kriege ich meine verschiedensten Herausforderungen von Job, von Studium, von verschiedenen Lebensbereichen hin und die Dinge, die mir wirklich wichtig sind, auch auf die Straße. Es ist ein Titel, das sehr bewegt, Thema Burnout, Thema, wie kann ich einfach gesund mit mir umgehen. Und ich finde es faszinierend, was die Bibel dazu sagt, was Jesus dazu sagt. Und du wirst merken, es werden zwei sehr tiefgreifende Gottesdienste sein, am ersten und am zweiten Advent zu diesem Thema. Als Rahmen gibt es am ersten Advent eine Celebration, wie du sie kennst, in Deluxe-Format, mit Specials, mit Einspielern, mit ganzen Programmen, das du kennst von unserer Kirche. Am zweiten Advent kommt dann ein super Special, ein Gospel-Core, ein Profis haben wir eingeladen aus Dresden. Sie werden ihr ein Gospel-Konzert machen. Das heißt, du sitzt gemütlich in deinem schwarzen Stühlchen und genießt gewaltige, mitreißende Gospels. Und dann kommt irgendwie der Tobi auf die Bühne und wird eine Predigt zur Life-Work-Balance Teil 2 halten. Ich freue mich auf diese ersten zwei Adventshorn-Tage zusammen mit dir und deinen Freunden und Bekannten. Bis zum nächsten Mal.